Hallo und herzlich willkommen bei Dr.ClauderTV. Sie haben sich für unseren Kräutergarten entschieden. Die natürlichen Kräuter stärken die Abwehr, sorgen für Lebensfreude und Vitalität und sind dadurch, dass es ein Pulver ist, optimal verwertbar für Ihren Hund. Geben Sie einfach die entsprechende Menge für Ihren Hund über die Barfmahlzeit und mischen es unter. Fertig!